hallo und herzlich willkommen zu seinem neuen amerikanischen mörder 2 video freut mich dass du wieder eingeschaltet hast und ich habe so ein bisschen was bei der mod reihenfolge gemacht die im proof train mod addon dingsbums die im proof train mod die waren bereits direkt ganz oben keine ahnung was da war ich habe es einfach mal just for fun die die grafik mod die war komplett oben mit der höchsten prio habt ihr mal einfach wie gesagt just for fun komplett nach unten geballert mal schauen was passiert wir gucken welcher aufkommt noch der richtig ob wir immer noch hier den dino dass die miet fahren sieht in dementsprechend danach aus noch 9101 dollar bekommen wir dafür also jetzt wir fahren jetzt ein peterbild 389 mit einem low roof sleeper 500 ps stark 13 gänge fahren wir jetzt mit 740.477 pfund dynamit von der mine i guess von der mine bei selina zur mine von moab heißt wir fahren wieder dementsprechend eigentlich sogar zurück den selben weg gekommen sind und fahren auch wieder zurück nach juta ist sogar tatsächlich ein doppelt hat schweiler hier wieder mit dem langen auffälliger und mit einem kürzeren kürzeren entschuldigen mit dem peterbild von was haben wir denn von der ep minerals us silica company ich kann nicht drauf gucken wie schweiler fahren dürfen wobei da steht auch glaube ich nichts dran also ich glaube das wird ich glaube das steht einfach bei den amerikanischen schweiler nicht dran aber da wir halt wir haben auch das zeichnen für explosives einfach aus dem grund weil wir halt auch ein modpack haben mit drin komplett nicht dran dann alt und gebedehen den wollen wir mal in die nacht hinein ist dann die erste nacht mit der grafik mod ich finde es auch nice dass es irgendwie heller als sonst war ja die war ja die staub weil der staub eher hell also eher dunkel also eher so ein dunkles oder so ein helles braun sagen wir mal so ein heller sand und dunkler sandton man es mal so bezeichnen mag 181 meilen haben wir es bis nach moeb aber wie gesagt ist ja eine kurze fahrt die nächste könnte eventuell enger werden dann bekommen wir jetzt für diese fahrt keine boni keine gehalt- und erfahrungsboni weil wir halt immer noch unter uns vor 150 meilen sind wir haben keinen retarder hier drin wir können das licht noch sehen wenn es um springt da haben wir den grünen pfeil ganz vergessen ich habe ich hier in american truck simate habe ich ja den zoom einfach mal mit reingepackt ich habe mich verfahren ich bin falsch gefahren ernsthaft einfach mal konsequent in die verkehrte richtung gefahren läuft dann müssen wir halt mal hier eine drehung machen dann drehen wir mal hier eine runde mein bad wir müssen einfach mal über das gelände fahren vielleicht kein weg haben vorbei anders kommen wir jetzt kommen wir hier nicht drehen wir fahren noch kurz über das gelände von dole ist immer schön mit dynamit bei der fahrung vorbei das passt so gerade ich bin mal gespannt wie die nacht mit dem mod aussieht ich bin gespannt wie die nacht mit dem mod aussieht ja das wird nicht possible sein ach du heiliger bim bam das sollte passen vom platz her fahren wir jetzt auch geradeaus durch das ist auch hier schön rum kommen belastend turn left das ist der beste auch wieder auf dem richtigen wege der hat mich einmal nicht aufgepasst und dann war plötzlich falsch schön doch mit dem walmart design auf dem truck ich bin ja echt gespannt wobei ich gucke da jetzt einfach mal nach ich spoilere mich mal dahangehend jetzt ob es möglich ist das muss ich jetzt glaube ich das hier ja einfach mal schränkt normalen einzelnen einfach mal schubplane ob wir da auch ein okay wir haben nur das ding normale naja keine designs aber wir können ja vielleicht ein paar zusätzliche lackierungen aus mods für die trailer noch ein bisschen installieren dass wir halt auch für echte firmen in Anführungszeichen fahren können aber zumindest für die firmen die halt auch im game jetzt drin sind wir müssen gleich glaube ich wir müssen sowieso auf unsere linke Spur die eine verengt sich jetzt hier wir müssen dann bald wahrscheinlich links abliegen um weiter Richtung Moab zu kommen so kurz das hier da das hier als Wir fahren wieder auf die Interstate 70 und fahren dann den selben Weg, nur in andere Richtung, oder den gleichen Weg, was ich gesagt habe, nach Moherd. Stay left, and then turn left. Turn left. Das ist jetzt auch wieder eine interessante Nacht. Wobei, gut nachts, es ist halt klar dunkel. Ich möchte auch nicht vergessen, der Monitor, der sowieso auf der hellsten Helligkeit dunkel ist, das ist ja der Main, aber ist schon stark dunkel die Nacht, aber nice. Ich gucke jetzt einfach mal so ein bisschen auf dem anderen Monitor, wo ich ein bisschen mehr sehe. Aber dunkel soll es ja auch sein, muss man mal auch so sagen. Aber ich merke schon, wir haben auch mit diesem, mit dem Peterbilt, war doch ein Peterbilt, oder? Ich meine ja, mit dem Peterbilt haben wir auch ordentlich was zu kämpfen. Mit den 47.477 Pfund Dynamit. Wir müssen erst mal auf Tempo kommen. Wir hatten ja vorher etwas weniger, um genau zu sein, sogar 11.000 Pfund knapp weniger Gewicht hinten drauf mit dem Düngemittel. Und wir hatten halt einen Mac. Mac Anthem. Allerdings weiß ich nicht, wieviel PS der hatte. Ich habe auch wieder vergessen, wieviel PS dieser hier hat. Sogegebenermaßen. Wir haben halt, wie gesagt, ordentlich was zu ziehen. Aber gut, ist ja auch nicht so eine lange Strecke, die wir jetzt fahren. Noch 144 Meilen. 40 Meilen haben wir jetzt schon bereits hinter uns gelassen. Zwei Stunden sind für einen wahrscheinlich dort. Zweieinhalb Stunden. Für diejenigen, die vielleicht auch das erste Mal jetzt hier zuschauen und sich fragen, wie ich das mache, wenn ich mit meinem eigenen Trailer unterwegs bin, wie die Folgen dann gemacht werden, wenn man mal ein bisschen länger fährt, als nur einmal hin und dann sind wir dort. So gesehen, wenn wir uns hinlegen müssen, dann endet auch die Folge. Egal, ob wir dann schon vor Ort sind oder nicht. So vom Grundprinzip her zumindest. Wenn wir jetzt irgendwie, was weiß ich, 30 Meilen davor enden, dann, ja, dann eventuell entscheide ich mich dann nochmal spontan um, dass wir dann entweder komplett dahin fahren, auch wenn wir übermüdet sind, oder dass ich mich dann kurz hin wobei nehme. Meistens ziehe ich dann durch und fahre dann bis dorthin. Damit dann das alles doch in einer Folge drin ist. Die Katze möchte wieder raus, wir haben noch 27 Meilen. Das ist gefühlt, dass er in 70 wird jetzt. So ein Auto auf 50. So schöne Namen. Vistaprint. Mein Vistaprint Trader. Ist Vistaprint, bzw. ist Vistaprint das Äquivalent zu Vistaprint? So erstmal ganz spontan gesagt, könnte ich mir das schon vorstellen. Wenn wir jetzt auch den Verkehr aufhalten. Einfach weil wir jetzt nicht überholen. Wir dürfen ja 10 Meilen Power schneller fahren als wir. Wir dürfen ja nur 50. Wir dürfen ja nur 50. Wir dürfen ja nur 50. und dann erstmal hier wieder mit Cruise Control den Berg hinauf. Wobei, fahren wir noch den Berg hinauf? Oder haben wir noch eine Steigung drin? Ich würde sagen ja. Das war auch noch eine Stunde. Wir sind ja wahrscheinlich, ja wir sind gegen Mitternacht, sind wir dort. Wir dürfen jetzt auch wieder schneller fahren. Aber wir beschleunigen auf 80 Meilen per Hour. Dann brauchen wir mal den Bus. Wir färden einen Ticken zu langsam. Wir sind ja noch nicht mehr bei Tempo Abo 80 Meilen. Aber wir sind ja noch weit, weit runter. Ich bin ja echt gespannt, wie das dann, wie die Mod ist, die Grafik Mod. Wenn es neblig ist oder wenn es regnet oder wenn es gewittert. Und falls wir es erleben dürfen, wie sie halt dann beim, wie sie halt im Kanada ist. Wenn es halt frostig ist, sofern es dort frostig sein wird. Aber ich gehe mal davon aus, zumindest verspricht die Mod ist, die ich installiert habe. Jetzt kommt drauf, das wird nicht wahrgenommen. Die nächste Tausende aufs in der Hauptbahnraube oder die nächste Tausende aufs in den Hauptbahnraube. Die nächste Tausende aufs in der Platt ist, die nächste Tausende aufs in der Glocke. Da kommt nix, da kommt ein bisschen Volvo entgegen. Also wie gesagt, der erste Truck Day wird wahrscheinlich der Mac Anthem sein, einfach hier, weil wir auch in den vorherigen Seasons halt entweder den Freightliner genommen haben oder den Mac Titan Superliner. Deswegen würde ich einfach mal uns, würde ich einfach den Mac Anthem als erstes, als ersten Truck besorgen. In der Zukunft können wir den natürlich dann auch ersetzen, entweder mit einer Mod oder mit einem anderen Standard Truck, da bin ich komplett offen für. Wenn wir mal die letzten 30 Meilen fahren nach Moab, da sind wir ja schon bald. Gefühlt noch einmal abbiegen, ein bisschen dort. Bisschen verpasst. Bisschen den Bremspunkt verpasst. Hoppla, ist auch eng wieder geil mit dem scheiß Tisch. Hier kein Platz für die Beine, wobei ich kann sie ja ausschrecken jetzt wieder, obwohl die Katze nicht mehr dort ist. Ja, nochmal schöne, schöne serpentinige Straßen, um daraus mal ein Verb zu machen. Ich bin auch echt gespannt, wie Mexico dargestellt ist. Aber das werden wir alles irgendwann mal erleben dürfen. Früher oder später sind wir irgendwann mal in Kanada, früher oder später sind wir in Mexiko. Also wir sind auch gleich bei der Mine, da müssen wir wahrscheinlich noch mal vorabbiegen. Genau. Wo haben wir den Zug? Ich habe gar nicht mitbekommen, was da plötzlich war. Was? Achso, kommt hier. Ich dachte schon. Das heißt auch mal den Moab. Ich mach einfach mal den Computer aus. Schön und einfach mit langen Filterzügen. Das ist halt so geil einfach nur. Dann haben wir die Fracht abkastieren, die 9000 und schauen danach nach, wohin die Reise als nächstes gehen könnte. Der ausgezeichnete Dynamit von Selina nach Moab geliefert. Wir sind jetzt insgesamt bei 23.653 Dollar und wir schauen mal nach, wohin die Reise in der morgigen Folge gehen könnte. Oh, ich würde fast sagen, Feuerwerkeskörper von Colorado Springs nach Steamboat Springs für 14.000. Das ist dann unser Auftrag. 298 Meilen durch bergige und hügelige serpentinige Straßen. Um das Wert nochmal zu nehmen. Hier haben wir dann, ja, man erkennt die, 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 die Trailer oder die Frachten, die wir noch nicht fahren werden. Denn wir sind schließlich erst bewertet mit 0,8. Wenn da steht bewertet 10.0, was die höchste Bewertung sein, höchste Bewertung ist, ab dann werden wir dann die Aufträge, die Militäraufträge annehmen. Genau, das heißt, in dem morgigen Video, in dem morgigen Video, das passt ja, in dem morgigen Video, werden wir dann, wie gesagt, Feuerwerkeskörper fahren für 14.000 Dollar. Ja, und, ja, verdoppeln, genau, verdienen dann damit die Hälfte, so gesehen, wenn wir unser Geld halbieren, dann verdienen wir damit, verdienen wir genau das Ganze, ähm, ja, äh, genau, wir fahren dann morgen, morgen Video, 298 Meilen Feuerwerkeskörper durch Colorado. Äh, ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, wir sehen dich dann im nächsten American Shark Simulator Video wieder.